Am Mikrofon U-Taren-Fleisch Liebe Hörerinnen und Hörer, was früher eine Selbstverständlichkeit war, nämlich, dass man das isst, was gerade an Gemüse und Obst in Saison isst, das wird heute wieder verstärkt angepriesen, denn es ist nicht nur am nahrhaftesten, sondern auch am umweltfreundlichsten. Da ich mein Gemüse gewöhnlich bei der sogenannten Hausfrauen-Kooperative, die natürlich Hausmänner nicht ausschließt, einkaufe, die kein importiertes Gemüse verkauft, sondern nur das Gemüse, das ihre Vertragsbauern anliefern, ist dort automatisch immer das Gemüse erhältlich, das gerade Saison hat. Im Moment gehört dazu der Spinat. Ich hatte Ihnen in der letzten Sendung ja bereits ein Spinatgericht vorgestellt. In Taiwan ist die Comicfigur Popeye sehr bekannt, die durch das Essen einer Dose Spinat fast übermenschliche Kraft erhält. Hier halten sich aber auch hartnäckig einige falsche Annahmen, zum Beispiel, dass man Spinat nicht zusammen mit Dofu essen dürfe oder dass man Spinat nicht roh essen dürfe. Da Spinat bei einer Temperatur von 10 bis 20 Grad am besten wächst, hat er in Mitteleuropa zwischen März und Oktober Saison, hier in Taiwan jedoch zwischen Januar und März. Spinat wurde schon vor über 2000 Jahren in Persien angebaut, weshalb er auf Chinesisch auch den Namen persisches Gemüse trägt. Er kam später nach Europa, Amerika und Asien und wurde etwa zur Zeit der Tang-Dynastie über Nepal nach China gebracht. Von China kam er dann auch nach Taiwan. Aus meiner Kindheit kannte ich nur Babyspinat, also Spinat, der dicht ausgesät und geerntet wird, wenn er noch ganz jung ist. Daraus wurde dann das Spinatmus gekocht, das Babys mit Vorliebe ausspucken. Ich mag zwar inzwischen Spinat sehr gerne, aber in dieser Musform war er auch nicht mein Ding. Der Vitamin-C-Gehalt von Spinat ist der höchste unter allen Grüngemüsen. Vorteilhaft ist auch, dass Spinat relativ kalorienarm ist, der Eiweißgehalt jedoch vergleichbar mit dem von Milch. Der Eiweißgehalt von 250 Gramm Spinat entspricht dem eines Eis. Der Gehalt an Beta-Carotin, Lutein und Ceaxantin macht aus ihm auch ein Gemüse, das gut für die Augen ist. Der hohe Eisengehalt, der dem Spinat nachgesagt wird, ist dagegen ein Mythos. Der ist durchaus nämlich nicht höher als der bei anderen Grüngemüsesorten. Die im Spinat enthaltene Oxalsäure verhindert vielmehr, dass das Eisen vom Körper gut aufgenommen werden kann. In Taiwan schercht, wie gesagt, das Missverständnis vor, dass man Spinat nicht zusammen mit Eiweiß wie Dofu, Meeresfrüchte und Fleisch essen dürfe, denn dadurch würden Nierensteine entstehen. Dabei wird argumentiert, die Oxalsäure im Spinat und das Calcium im Dofu würden sich zu Calciumoxalat verbinden und sich in der Niere oder Harnblase absetzen, was dann zur Steinbildung führe. Dies ist jedoch falsch, weil diese Verbindung nicht vom Körper aufgenommen, sondern mit dem Stuhl ausgeschieden wird. Wer jedoch bereits Nierensteine oder andere Probleme mit der Niere hat, der sollte Spinat nur in Maßen genießen. Spinat kann auch roh gegessen werden, vorausgesetzt, dass er gut gewaschen ist und keine Pestizidrückstände aufweist. Allerdings ist im rohen Spinat nicht nur der Vitamin-C-Gehalt noch höher, sondern auch der der Oxalsäure. Deshalb sollte man auch nicht zu viel davon essen. Da die Oxalsäure den Spinat etwas bitter machen kann, kann man ihn für eine Weile in Salzwasser einlegen. Oft wird er auch vor der Weiterverarbeitung blanchiert. Insgesamt sollte Spinat nicht zu lange gekocht werden, weil er sonst viel von seinen Nährstoffen verliert. Spinat lässt sich vielseitig verwenden, kalt angerichtet ebenso wie in Suppen oder Gebraten. Spinat passt auch sehr gut zu Eiergerichten. Wir wollen heute mit einem Spinatsalat japanischen Stils beginnen. Hier ist dieser sogenannte Salat als kleine Vorspeise gedacht, da meine Schwiegermutter im Winter nicht so gerne kalte Gerichte isst. Wenn Sie das Gericht jedoch im Sommer machen, dann können Sie gerne die doppelte Menge nehmen. Ich habe das Rezept von Schauspieler, Rundfunkmoderator und Kochbuchautor Jiang Weiwen, der sich selbst gerne spaßeshalber Jiangung, Väterchen Jiang, nennt, was die höfliche Bezeichnung für Jiang Kai-shek war. Hier also Spinatsalat japanischen Stils. Als Zutaten benötigen wir 150 Gramm Blattspinat, nicht Babyspinat, einen Teelöffel Sesamkörner, eine Handvoll Bonito-Flocken, als Gewürze eineinhalb Esslöffel japanische Sesamsauce, einen halben Esslöffel Wasser, einen halben Esslöffel Zucker, einen halben Esslöffel Sojasauce und einen halben Teelöffel Sesamöl. Die Gewürze in einem Schüsselchen anrühren. Mit einer Schere die Wurzeln der Spinatstauden abschneiden, aber nur so viel, dass sie als Stauden zusammenbleiben und nicht auseinanderfallen. Ins Wasser legen, um sie von Schmutzpartikeln zu befreien. In einem Topf Wasser zum Kochen bringen. Zunächst nur die Wurzelteile der Spinatstauden für 20 Sekunden ins kochende Wasser geben. Dann die ganzen Stauden für 10 Sekunden hineinlegen. Herausnehmen und in Eiswasser auskühlen lassen. Die Stauden aus dem Wasser holen, an den Wurzelenden anfassen und von oben nach unten das Wasser ausdrücken. Dann die Wurzelenden abschneiden. Den Spinat in etwa drei Zentimeter lange Stücke schneiden und auf einem Teller stehend anrichten. Die Sesamkörner kann man in einer beschichteten Pfanne ohne Öl kurz rösten. Die Soße über den Spinat gießen und die Bonito-Flocken und Sesamkörner darüber streuen und servieren. Eier mit Tomaten gebraten gehört zu den ganz alltäglichen Gerichten in Taiwan. Seltener wird dieses Gericht noch durch Spinat ergänzt, was jedoch durchaus gut passt. Sie benötigen für zwei Personen 250 Gramm Spinat, 10 Cocktailtomaten, 3 Eier und einen Teelöffel Salz. Die Eier mit dem Salz verkleppern, den Spinat waschen und in 3 bis 4 Zentimeter lange Abschnitte schneiden. Die Cocktailtomaten ebenfalls waschen und halbieren. Den Wok und darin einen Esslöffel Öl erhitzen. Darin die Eiermasse braten bis sie zu 70% gar ist, dann herausnehmen. Nun im Wok den Spinat etwa 30 Sekunden lang braten, dann die Tomaten und die Eier dazugeben. Noch für etwa 20 Sekunden weiterbraten, dann sind die Eier gar und das Gericht kann aus dem Wok genommen und serviert werden. Eier haben die Eigenschaft, beim Erhitzen zu stocken. Deshalb kann man sie nutzen, um verschiedene Zutaten miteinander zu verbinden, wie im folgenden Rezept Spinat und Dofu. Bei diesem Gericht sollten Sie allerdings sicher sein, dass Ihre Eier nicht von Salmonellen befallen sind, denn hier werden die Eier nicht ganz durchgekocht. Als Dofu wird ein Räucherdofu verwendet. Die Zutaten wieder für zwei Personen. Ein Ei verkleppert. Ein halbes Stück Räucherdofu. Vier Stauden Blattspinat. Als Gewürze vier Fünftel Becher Hühnersuppe, ein ein Drittel Esslöffel helle Sojasauce und ein ein Drittel Esslöffel Miren. Den Dofu in ein Zentimeter breite Scheiben schneiden. Den Spinat putzen und blanchieren in etwa vier Zentimeter lange Stücke schneiden. In der Pfanne die Gewürze auf großer Flamme zum Kochen bringen, dann die Dofuscheiben und den Spinat hineingeben. Wenn die Soße sprudelnd kocht, kann man die Eiermasse langsam einfließen lassen. Sollte die Soße nur am Pfannenrand köcheln, dann würden sich Klumpen bilden. Man muss also warten, bis sie wirklich ganz sprudelt. Wenn die Eiermasse zur Hälfte gestockt ist, vom Feuer nehmen, denn die ganz gestockte Eiermasse schmeckt nicht so gut. Um das Gericht nicht zu zerstören, muss man es auf die Servierplatte hinüberrutschen lassen. Auf der Webseite sehen Sie übrigens eine Mischung zwischen den beiden letzten Gerichten, da ich nur noch ein Ei zu Hause hatte. Eiermasse und die Eiermasse Vielen Dank.